Hallo ihr Lieben, Christian Hitschermeyer, Pater Rapport und so weiter und wir reden heute mal wieder über Oliver Pocher, mal wieder ein bisschen Januar-Trash, der Mann, der alle Influencer fertig gemacht hat, weil sie so komische Trennung haben, hat selber eine komische Trennung. Danke nochmal für euer Feedback zu meinem neuen Buchprojekt. Ich denke, es wird wohl die Langzeitbeziehung dann werden und ja, ich habe mich jetzt auch entschlossen, was jemand schon von euch gemacht hat, obwohl ich beim, glaube ich, Deutschlands größten Verlag bin, werde ich, glaube ich, mein Buch selber veröffentlichen als Nächste. Irgendwie bin ich mit diesem ganzen Verlagswesen überhaupt nicht happy und das macht mir so, also irgendwie finde ich das, was ich auch weiß, auch irgendwie alles nicht mehr so richtig zeitgemäß, wenn das so läuft, finde ich. Und naja, ich bin mal gespannt, freue mich drauf, wird ein kleines Abenteuer, aber wahrscheinlich macht es für euch letztlich dann gar nicht so einen Unterschied, denke ich mal. Aber für mich schon, glaube ich. Ja, Oliver Pocher, und zwar habe ich jetzt mal heute nichts reingeschnitten an Bildmaterial her, aber wir verfolgen das ja so ein bisschen. Und zwar hat er mit Amira ja Silvester verbracht und es wurden Fotos geschickt, wo sie, ich glaube, ihm Bussi auf die Backe gibt und sie so ganz vertraut sind und irgendwo stand, glaube ich, auch Amira hätte geheult in seinen Armen, glaube ich. Ja, ich gucke jetzt mal hier an so einen Artikel, hier steht zum Beispiel so aus dem Express. Kurz darauf teilten sie einen sehr emotionalen Moment, also Silvester, wie Oliver Pocher beschrieb, wir standen da, ihr war dann kalt, komischerweise trotz Mantel erinnerte sich, da habe ich sie in den Arm genommen, da ist Amira kurz nach Mitternacht sehr emotional geworden und lag weint. Bei mir in den Armen, aber soll sich auch an anderer Stelle mal beschwert haben, dass sie danach tanzen gegangen ist und dann gab es ja das erste Mal seine Bühnenshow, die werde ich mir auch mal reinziehen, wenn die hier in Berlin ist, muss ich mir auch mal einfach mal angucken und da soll er am Ende auch geweint haben. Also ich bin überzeugt, ich meine, es ist ja auch nur ein Mensch, klar, ich bin überzeugt, dass er das überhaupt nicht gut findet, dass sie sich trennen und dass er sie gerne wieder haben möchte. Das haben wir natürlich das Problem, das gibt es ja manchmal auch, dass man wieder zusammenkommt. Jetzt haben wir aber das Problem, dass er sie, ja, jetzt ein halbes Jahr einfach fertig gemacht hat, von vorne bis hinten über sie hergezogen hat und selbst wenn sie irgendwie jetzt auch Sehnsucht hätte und denkt, ach Mensch, der Oliver ist doch ein feiner Kerl und ja, das hätte ich vielleicht, war vielleicht ein Fehler, wird sie jetzt garantiert immer denken, okay, aber nach den sechs Monaten, wo er mich hier gestalkt hat und eine Schmierenkampagne abgezogen hat gegen mich und gegen den Biong oder Biong oder wie der heißt, scheinbar spreche ich den immer falsch aus, aber egal, da wird sie bestimmt denken, nee, war garantiert richtig die Trennung und so. Das ist immer das Problem, deswegen sage ich auch immer Leuten, die sich trennen oder nicht mal Paarab, die sich trennen, passt auf, was nach der Trennung passiert. Man denkt ja so, ist ja egal, wir sind ja eh getrennt, was soll schon schief gehen, aber erstmal sieht man sich immer zweimal im Leben, dann hat man gemeinsam Kinder und vielleicht denkt man, das ist doch scheißegal, wir trennen uns ja, dann kann ich mich auch benehmen wie ein nasser Sack in der Kurve. Ja, aber dann vermisst man sich vielleicht gegenseitig nach ein paar Monaten und dann hast du aber so viel Schutt aufgehäuft und so viel Schmierenkampagne gefahren, dass es da einfach keinen Weg zurück mehr gibt, was ich mal vermute, also das ist meine Prognose, definitiv werden die nicht wieder zusammenkommen. Und dann kommt ja jetzt noch, stellt euch das mal vor, ihr trennt euch, da zieht euch jemand durch den Dreck. Also gut, das ist ein Risiko bei Promi-Ehen, aber hätte man vielleicht von jemand, der sich so lustig gemacht hat, über Influencer-Trennung vielleicht nicht erwartet, aber vielleicht auch doch, keine Ahnung. Zieht euch durch den Dreck und dann kommt auch nochmal eine Riesentour, wo ja das auch nochmal alles verarbeitet wird, die Beziehung. Ja, schönen Dank auch. Da würde ich mir auch sagen, also natürlich, also würde ich denken, würde jeder sagen, was soll man da noch drauf aufbauen. Da kann man ja froh sein, wenn wir überhaupt noch irgendwie vernünftige Eltern sein können. Also man kann, das ist auch so ein bisschen mein Tipp immer, man kann auch nach der Trennung noch wahnsinnig viel kaputt machen, das sollte man einfach gar nicht denken. Macht das nicht. Versucht euer Ego, also natürlich sollte man, ja, man trennt sich, klar, es hat Konsequenzen, man zieht Grenzen, aber versucht trotzdem, das sage ich ja immer wieder, die eigene Spielfläche sauber zu halten. Man weiß nie, wofür es gut ist, ne? Und ja, man weiß nie, wo man das vielleicht braucht. Was denkt ihr dazu? Schreibt es gerne in die Kommentare und wir sehen uns bald wieder. Tschau, ihr Lieben. Bis zum nächsten Mal.